Ja, gut. Ich drück auf Start, wir gehen rein. Ja. Mal sehen, was von der Generäle wir bekommen. Oh, Chinese. Normal. Geil, ich liebe Chinese. Ich hab mein Lieblingsgeneral bekommen. Schade, dass ich kein Mix bekomme. Ja, so die Vorhersagen sind auch da an alle Zuschauer. Ihr könnt jetzt auf Twitch eure Wetten abgeben, wer gewinnen wird. Entweder Team Kurama, C&C HD oder das andere Team aus Paka, Don Bilbo, Mentoron und Jen. Tut mal wild wetten. So, du bist ja der Stealth. Ich vermute mal, du bist dir direkt ein Bulldozer irgendwie Clown. Das weiß ich nicht bis jetzt, wie es so in der Mitte aussieht. Aber dein Bike hatte ja letztes Mal ordentlich Schaden angerichtet. Ja, das mache ich auch diese Runde auch. Perfekt. Ich bin sehr gespannt, was unsere Gegner sind. Ich wette, es ist ein Superwaffen dabei. So. Ich gehe auf Gatling-Panzerwerfer. Ich brauche Mix auch von dir. Mix, alles klar. Du kriegst Mix. Falls da... ...irgendeine Kampfbusse gibt oder Nuklear... ...New Cannons. Ja, alles klar. Dann werde ich Mix bauen. Ich baue sie am besten in deine Base. Alles gut. Dann kannst du sie besser verteidigen. Ich mache auch da noch einen Tunnel bei dir im Basis. Ja. Spät ein bisschen. Bei dir sind sie einfach besser aufgehoben. So, die Baracke sollte ich besser nicht so bauen. Gegen Bomber. So. An alle SimCity-Spieler da draußen. Baut niemals... ...Gebäude eng. Auch wenn ihr SimCity liebt. Es lohnt sich nicht. So. Bulldozer ist unterwegs zu dir. Mitte hole ich mir jetzt. Du bist ja schon in der Mitte. Perfekt. Oh, da ist ein Töckchen. Okay. Nein. Ah, schade. Und Laser-General. Ich. Passe doch schon. Ja, und Laser-General. Dürfte Jen sein. Jen ist meistens Zyran. Ah, meine Öltürme sind schon geholt. Ja, ich höre dir auch gerade. Also da muss ich jetzt klauen. Da hat es mir jemand geklaut. Ah, da kommt schon der Bulldozer. Er wollte mir hier ein Laser-Geschütz reinknallen. Die Mitte werde ich versuchen auch noch so 2 Tunnel zu bauen. Ja, mach das. Wegen Bombe-Tracks. Weil die brauche ich gegen die voll beladenen Humvees. Mhm. Ich baue jetzt ein Flugfeld bei dir. Muss nicht direkt, weil da, wir haben noch Zeit. Aber ich meine für später. Ja. Wenn du etwas wichtiger hast, dann natürlich auch. Ich bin aktuell gut dabei mit dem Geld. Alles gut. Holst du dir die Öl-Raffinerie? Ja, ich hole alles, was es in der Mitte gibt. Oder wirst du hier beide Gebäude nehmen? Ich glaube, eigentlich würde es sehr mehr Sinn machen, wenn ich die Öl-Raffinerie nehme. Ich nehme mal die Öl-Raffinerie. Okay. Oh, ein Chinese, normal. Der rote. Interessant. Durch Raketenwerfer. Oh, wow. Eine Rebelle. Wirklich, eine Rebelle hat. Ja. Kannst du mich links tunneln bei den beiden Nachrichten? Oh, ja, 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 ja. Das habe ich vergessen. Dank dir. Ich glaube, der wird mich gleich überfallen. Er hat bestimmt schon irgendwie ein Motorbike bei mir links oder so. Da gibt es irgendwo eine Drohne. Oh, ein USA-Normale ist auch dabei. Ah, ja, 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 schön. Mitte? Äh, ja, Mitte. Ich nehme einen. Du holst dir die Abwurfzone. Okay. Wobei, nee, eigentlich hole ich sie mir. Weil du kannst ja nur Motorbikes dadurch kriegen, oder? Nee, ich kriege Quads da. Oh, ja, dann nimm du die. Oh. Du nimm die. Ich kriege nämlich normale... Ich will nicht so viel nützlich. Okay, dann nimm ich. Aber ich kriege normale Battlemaster, nimm du die. Okay, okay, okay. Einer hat, äh, Strategiezentrum gebaut. Oh Gott, ich habe da keine Platzierung gemacht. Ich jetzt auch nicht. Alles klar. So, fünf Minuten sind um. Das heißt, ich kann mir jetzt einen DOSer klauen. Denn... Und... Bombtrax, ja, da brauch ich noch Zeit. Okay, die Ultime sind mir. Alle vier. Wo hat er denn hier DOSer? Ah, hier er baut... Quacker. Gut, aktuell sieht es gut aus für uns. Ah, ich habe da DOSer geklaut. China's Aircrafts standing by, strapped in and ready. We'll tail through their hour. Initiating Air Patrol. We defend in China's Airspace. Uh, sneaky... Sneaky Bomb Truck. Wo? Von dir. Ja. Ha. Gebrauche ich, denn... Voll beladene Handwerks kann ich nichts dagegen machen. Ja. Äh, wollen wir zuerst deine Ultime pushen, da oben? Äh, ne, ne, ich schicke da einen Bombtruck und ist dann fertig, ja. Gut, weil ich würde jetzt oben links pushen, wenn du mich unterstützen möchtest. Oder wollen wir gleichzeitig links und rechts? Alles gut. Ich glaube, wenn wir gleichzeitig pushen, dann sorgen wir für Ablenkung. Also, richtig pushen werde ich nicht so jetzt machen. Ja, die Ultime sind zerstört bei mir. Perfekt. Dann warte ich noch auf deinen Push. Dann, äh, 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 soll ich auch mit Bombtruck auf, äh, deiner Seite auch schicken? Ah, du hast die Ultime. Ja, ich hab alle vier Ultime. Ah, okay, okay, dann ja. Weil ich warte jetzt auf deinen, deinen Push, damit wir zusammen pushen. Weil alleine will ich jetzt nicht rein pushen. Okay, ich mach gerade nur... Vielleicht auf meiner Seite, mit Unterstützung von Mix. Äh, ja, können wir machen. Ich hab die Mix am Start. Okay. Denn da gibt's sehr viele... Oh, ja, ich seh's. Okay, jetzt erledigen. Erstmal die Mitte so alles erobern. Und... Mix sind am Start. Ah, da gibt's hier eine Bikes. Auch nur Vision. Also, Aufdeckung. Äh, warten, bis, äh, bis, äh, Toxin aus seiner Tunnel was, äh, ausschränkt. Okay, dann warte ich. Ich warte. Ich nehme diese Laser-Geschütze. Okay, er scheint nix rauszuschicken. Ah, schade. Weil da so verlierst du nur Mix. Da gibt's zwei, äh, Stingers und ein Avenger noch. Ein Laser-Avenger ist sehr stark. Ja, deswegen hab ich noch ein bisschen mich zurückgehalten. Alles gut. Gut, die Mix sind aktuell noch da am Start. Also, wenn du sie brauchst, sie sind da. Ah, da gibt's auch Mix gegen uns, ne? Echt? Oh, ja, da oben, ja. Äh, ich mach hier noch einen Tunnel. Ich brauche weit hier noch mehr Tunnels. Ich könnte ja mal gucken, ob da links bei mir ein Motorcycle ist. Hab ich noch gar nicht geguckt. Äh, ja, können wir gerne. Gut, also wie du bereit bist, pushen wir zusammen. Ja, äh, ich busche gerade mit, äh, Tunnel vor. Ist ne gute Strategie, finde ich. Okay, weil ich warte eigentlich nur auf dich gerade. Ja, hier siehst du mein Tunnel und hier mein zweiter Tunnel. Ja. Ah, da kommt der mit, wie heißt es, Katlanscher. Soll ich kommen? Ja, hier kannst du alles rausnehmen. Mixen am Start. Keine Ahnung. Ja, sehr schön. Leer. Gut, ich würde sagen, wir pushen links rein. Links, okay. Machst du Truppen? Äh, ja. Ja, na klar. Einen Moment. Ich... Nehme nur die Beacons, falls wir es jetzt brauchen und... Ich schicke die Mix vor. Nehme die Bombtracks raus. Ja, ich schicke die Mix vor. Moment. Welcher Eingang? Ich hab da... Äh, den... 3 Quartz. 3 Quartz und... 2-3 Kampfgrosse noch. Ah, da greift er immer noch mit, äh... Sein... Gut, ich, äh, ich roll rein. Ich hab's. Ja, okay. Kommst du mit? Soll ich von der Mitte auch rollen oder auch bei deiner Seite? Am besten bei mir auch, bei der Seite. Die Mix kommen jetzt. Sehr schön, dann kann ich jetzt logisch mit meiner Busse spielen. Ah, da hat er eine schöne Verteidigung da. Aber das ist nicht so viel, ich habe so viel. Äh, ich kann da mit einem Bomb-Track eine Seite zerstören. Ich habe auch noch einen Bomber, ich schicke einen Bomber rein. Welche Seite? Die linke, Atelier-Turm. Okay, dann gehe ich auf die rechte mit meinem Bomb-Track. Ah, da kommt er mit seinem Nuke. Nuke-Kanon. Vorsicht. Yes. Ah, Bomb-Track nicht. Da brauchen wir deine Mechs. Ah, von anderer Seite rusht er auch. So, ich gehe links mit den Helixen rein. So, da kommen Helixen. Ah, was habe ich denn mit meinem Mixer gemacht? Idiot. Zerstörst du erst mal mit deinem Mix die Firebases. Und ich gehe dann einfach laufen mit meinen Kampfbussen und habe dann alles. Okay. So, ich mache dem Amerikaner sein Geld kaputt. Kommando-Zentrale brauche ich jetzt. Ja, ich bin bei Road drin. Super. Ich gehe auch zu Road. Die Helixen zerlegen gerade den Blauen. Er greift mich unten. Ah, das ist gar nicht ruhig. Ich weg nirgends. Hat Road Kommando-Zentrale? Äh, ja, links. Links. Dann gehe ich auf die, dann... Ah, hier, ja. Dann nehme ich die weg. Ah, hier. Dann nehme ich die weg. Ich glaube, Rot hat kein Loser mehr. Oh, der ist gleich raus. Ja, Blau ist jetzt auch tot. Ja, Mentoron ist raus. Ja, Mentoron ist raus. Wer ist jetzt nur noch da? Ah, alle außer Mentoron. Und links ist auch klar, alles. Du kannst die Nuklearkönone, Partikelkanone auch erobern, wenn du mich bist. Ja. Ja. Ben ist raus. da kommt er zum verteilen da schicke ich auch noch einen bombtruck ja mach ich das auf die humvees und avenger machen ich glaube ich habe die schon im ganz thema rechts den spieler spot irgendwie nerven okay dann oh da mache ich warte ich habe eine schöne idee und jetzt wirst du was schönes sehen ah der geht mit der vertikelkennung auf meine elixir ja alles gut ich öffne jetzt hunderte von tunnel bei seiner weise okay mit ein kombi mit ein schenock normal schenock da habe ich unsichtbare bauarbeiter das ist schön und hier geht's los oder übernimmt meine flugfelder in deiner gla basis was da hatten wir bald in der nettschiene alles raus wo er hat ein gebäude von mir genau alles gut da schwarzmarkt ja alles gut gut wenden wir es ja dann was geht's an einen tunnel sind gut die bauarbeiter sind auch unsichtbar ja das ist das gemeine daran ja welchen antrags ich flambier den palast weg altering kurs altering kurs der der kattag habe ich das gemacht mit 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 Die Helixer haben richtig viel gerissen. Hier noch. Dein Panzer unsichtbar machen. Hä? Warum nicht? Ah, jetzt. Ah, er hat hier noch in der Mitte. Ah, die kleine Basis. Oh, du brauchst Flugfelder, ne? Deine Mechs gehen kaputt. Oh, ich hab kein Geld. Why? Okay, letztes Gebäude. Und? Hä? Wo hat er noch? Da sehe ich nichts. Hier ist auch nichts mehr. Warum? Wer ist noch am Ende? Da ist nur noch... Dome Bilbo. Grün. Grün, ja. Ich hab jetzt mein kompletter Scan auch gescannt. Da sehe ich... Ne, ich dachte, mein Gebäude hier. Da dachte ich irgendwo noch ein Tarnes-Gebäude. Hey, er ist Doxin, oder? Ist er? Ist er das? Ich flieg mal mit dem Mix durch die Karte. Ja. 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 Mein Schwarzmarkt. Ach, dein Schwarzmarkt. Ah, wie dumm. Wie dumm. Ich dachte schon. Wie dumm. Ah, das war gut. Wer hat die unsichtbar gemacht? Ja. So, das war doch ein schönes Match. Und ich bin schon wieder nicht schnell genug rausgegangen und hänge jetzt wieder 18 Minuten im Ladebildschirm. Ich bin schon schneller. Verdammt. Du hast 264 Einheiten zerstört. Jo, das waren alles die Mix. Wir haben flambiert. Ich habe... 64. Äh, 74. Viel, viel weniger. Ja. Mal gucken, wie lange jetzt... Egal, wir gehen mal zu den Spielern rüber. Wobei jetzt tatsächlich das Sigma... Ja, Geld waren wir ungefähr gleich. Ja. Ja. Super gespielt. Okay, wir gehen kurz zu den Spielern. Oder runter. Oder wo sind sie denn? Mhm. Hoch. Hi, schönes Match. Hallo. EG. Ja, war viel zu schnell vorbei. Ja, war gut. Habt euch aber gut gehalten. War schön gespielt von euch. Wollen wir da am Ende auch noch kurz suchen. Ja, ach, der Schwarzmarkt ist voll gut. Ja, ich... Ich habe das eben gesagt. Er hat einen Schwarzmarkt, aber... Ich kam nicht sofort auf die Idee, dass du die... meinen Schwarzmarkt unsichtbar gemacht hast. Aha. Das war lustig auf jeden Fall. Ich dachte, das war ein fröhliches Osterfest noch. Ja. Ach ja, lustig. Nee, aber wirklich schön gespielt von euch. Ähm, ich glaube, der entscheidende Faktor war dann, dass ihr die Öltürme sehr schnell verloren habt. Und wir... Es geht einfach insgesamt. Man hat, wenn man vier Spieler auf der oberen Hälfte der Map ist, anderthalb Nachschublager pro Person. Ja, das ist natürlich Kacke. Du kriegst kein Geld. Ihr habt da 40.000 Startgeld für 20. Und die Map ist außerdem blöd. Ja, aber es kommt ja kein Geld mehr rein. Und ihr habt die doppelte Anzahl Nachschublager und kriegt schneller Geld rein als wir. Und da kommt man nicht hinterher dann. Ja. Ja. Ja, ist schon was Wahres dran, ja. Das stimmt. Ja, aber ansonsten, schön gespielt. Ich bedanke mich sehr für das Spiel. Und wir gehen mal hoch zu den anderen. Ja.